Ja, aber da bin ich nicht von der Luft gekommen. Bereithalten für den Einsatz im Krieg! Ich weiß, das passiert oft. Ja eben! Aber wenn's oft passiert, warum soll ich dir dann nie dieses Mal jetzt glauben? Ich hab sicher zwar beides mitgenommen, ne? Ich hab einfach nur... Aber du bist deswegen nicht gestorben. Aber das Ende wird alles noch unnötig. Ich hätte jetzt bitte hier vor, dass du die Waffe nicht bekommen soll. Dann wären wir wohl da nicht hier... Ja, diese Waffe wahrscheinlich gar nicht mehr können. Solltest du die andere Waffe auch nehmen können, denn das wäre genauso gewesen. Was ist das, Alex? Nein, aber auf GZ. Aufsache, kämpft mich. Battle Royale! Was ist das? Das ist eine Diskussion für mich. Was ist das? Ich verteidige mich nur mit. Ja... Alex, du gehst jetzt auf jeden Fall. Zu deiner Linke zu dieser... Kostgeldauftrag. Reifen geht zu! Die Runde hätte es gehen müssen. Dann nehmen wir noch die Runde. Ja, die Runde war jetzt okay von dir. Der hier... Aber ich will der Luca nicht wie geholt. Okay. Wie du siehst. Von K1 bis 7 war immer eine geile Kombination. Ich spiele nicht wie in den alten Tagen. Ich spiele so gerne... Ziele sind markiert! An die Arbeit! Was sagen wir? Biss dich nicht. Aber weißt du, was ich meine Norbert jetzt? Du regst dich jetzt auf, dass er dir die Waffe nicht gegeben hat. Aber was... Die Uhr tickt! Begib dich zum Ziel! Was hat diese Waffe jetzt... Gebracht in der Situation, dass das so zum Aufregen ist? Ja, dass ich vielleicht auch aufschießen jetzt können. Und nicht nur mit der Hand drauf wäre. Okay, dann pass auf! In dem Haus waren drei Waffen! Drei Waffen! Drei Waffen! Drei Waffen! Warum hast du keine andere genommen? Weil ich gleich weiter gegangen bin. Eben mich in der Ahnung, dass... Nein, in der Ahnung, dass du ein bisschen mehr relativ gleich dropst. Ja! Aber warum nimmst du nicht irgendeine? Dann hat an dir eine Waffe getroppt. Und was mit deiner zweiten Waffe? Leute, auf! Leute, auf! Okay. Leute. Ich war das. Ich hab die Campen hier. Am Dach gegen andere Haus drüben. Ich hab unbezogenen falschen Haftweihausglied. Welcher Haus ist das denn? Also aufgerüchelt sie sich nebeneinander gegen. Weißt du, was ich meine, Norbert? Das ist unnötig. Das ist wirklich so belanglos, um sowas zu diskutieren. Ja. Dann sag ich, hätte ich überhaupt nichts mehr. Nein, es hat überhaupt nichts zu tun. Aber es waren zwei andere Waffen auch. In dem Raum. Weißt du? Dann nehm ich aber eine andere. Und kämpf mit der. Ja, auf das hab ich dann nicht mehr geschaut eben. Nein, ist egal. Ja, weil er dir gesagt hat. Aber dann sind wir in einen Kampf gekommen. Du wirst doch verstehen, wenn wir kämpfen, dass wir die nicht alle weiter dropen können, oder? Es ist jetzt nichts gegen dich, aber ich finde diese Diskussion einfach belanglos von euch beiden. Also das ist einfach unnötig. Ja, aber das mit Tropen war schon vorher, wo noch kein Kampf war. Ja, das sind zugekommen. Okay, dann möchte ich jetzt einen anderen. Und der H7 im Bereich, dass wir sie mitten. Okay, dann eine andere Speister. Ich hab die Caller, dass ich beide Waffen nehme. Theoretisch hab ich dann beide Waffen gehabt. Hätte gar keine tropfen müssen. Muss ich dann auch drüber aufgericht. Dann drücke ich dann, troppe ich deine. Also ist das egal. Jetzt würde ich dein Argument bringen und sagen, egal was ich mache, es passt ja nicht. Und die kamen bei mir um. Auftrag gescheitert! Die Zeit ist offen! Oie, 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 oie. Oie? Bitte? Ich weiß nicht, ich glaube, es hat sich irgendwas gemacht. Nein, ich hätte fast den Cluster aktiviert. Also an dem Dach, wo wir jetzt sind, da war vor allem ein Alex. Äh, ich weiß. Die haben wir jetzt gesucht. Okay, irgendwo? Unter uns? Also hier? Täuschungsgranate. Ach so, das ist eine Täuschgranate. Da hat er mich fast... Falscht rangelegt. Von wo? Mich hat er rangelegt. Ich weiß nicht, woher gekommen ist, weil dieses Kapitel kommt. Er ist da drüben. Setze einen Sammelpunkt. Ja, dann gehen wir hin, oder? Ja. Mach ja Hilfe für den Waggons. Zwischen den Waggons. Das ist der Gulag. Überlebe, um erneut eingesetzt zu werden. Anhalt. Auf jeden Fall gratulation stark, Alex. Der Kampf ist gestartet. Ich habe jetzt die Platzierung gestartet. Mach dich bereit. Du bist als nächstes dran. Wenn du diesen Kampf gewinnst, kehrst du zurück an die Front. Aber wenn du verlierst, war es das für dich. Du bist dran, Soldat. Zeig diesem Mistkerl, wo der Hammer hängt. War das so schön an? Oh, verdammt. Da wird den einer da oben noch gekehlt. Ah, okay. So, ich komme zurück. Mir ist gerade auch nicht mal tiefs. Der ist ja gar nicht entschlossen. Und nur einen Berg um. Und dann würde ich eigentlich... Ich auch. Aber es gibt jetzt überhaupt nichts anderes. Also bevor wir Ganken haben, will ich den dann Berg sogar nehmen. Zielpunkt markiert. Händler markiert. Händler markiert. Händler markiert. Und es ist jetzt kein Angriff gegen dich, aber das ist... Ich finde schon Bad ist die Diskussion unheimlich. Ja klar, Dominik. Haben wir eine Primärgranate? Aber ich... Über sowas sind die Diskussionen für mich habe ich... Über eine Waffe, ob die da vorne ist oder nicht. Oh, hinter mir. Norbert, lauf weiter. Händler markiert. Ja. Ja. Danke. Ich hätte mir noch einen Schuss verdankt, aber das wäre jetzt ruhig gewesen. Ja. Was da zum Beispiel haben wir da gefällt, ist, dass du sagst, dass du nicht landest. Ja, stimmt. Achtung! Verbrült sich auf der Sektionsluft schlagen! Ja, der Pass. Ja! Weiß ehrlich. Fehl zufrieden! Weißt du, dass du nicht das anlangst? Ja, es ist okay, du willst. Ich setze mir kurz Platten. Fahrt erst nebenan. Oder... Danke. Okay. Ich wollte nur kurz peaken, oder? Los! Tälte irgendwas! Nein, ich muss jahre weiter dazu sagen, ich habe alle... Ich habe noch mehr lange in seinem Loot. Okay. Ah, okay. Ja, wie ist der Pass? Da holt sich jemand diese Panzerung. Ich dachte halt nicht, dass das noch lange wird. Ich habe jetzt nicht geschaut, ob wir das noch lange werden. Ich bin nicht auch ehrlich. Ich dachte auch nicht, dass er noch peaken ist, nachdem wieder gerade alles gecleared hat. Am gutsten finde ich eh holen alles. Hä? Aber wie gesagt, ich verstehe jetzt, dass ich ärgere, dass du keine Waffe bekommen hast. Aber wegen sowas so eine riesen Diskussion jetzt ausbrechen zu lassen, finde ich halt auch schwierig. Weil es ist, im Endeffekt haben wir die Runde nicht deswegen verloren, dass einer keine Waffe gehabt hat. Da ist unsere Mitfragslinge. Ein Kämpfer könnt ihr jetzt genauso gut mich fragen können, ob ich den nicht dabei tropfen kann, weil ich war ja noch neben dir. Weil ich wusste ja nicht, dass er sie jetzt mitgenommen hat, und du gar keinen hast. Das habe ich ja alles nicht gewusst. Ja, vor allem, weil ich schon mit der Anzeige gesagt habe, auch ich komme da drunter. Weißt? Das hat mich dann doppelt geärgert. Wobei? Ja, aber wenn man dazu sagen muss, ich habe mit Anzeige gesagt, dass ich mit beide Waffen nehme. Wenn es nach dem geht, Norbert. Aber es hat ja nicht gepasst, was ich verstehe. Deswegen habe ich gesagt, ich droppe gerne. Aber wir haben dann halt gekämpft relativ zeitnah, und dann habe ich halt gekämpft, bevor ich jetzt überlege, ob ich denn eine Waffe droppe oder nicht. Und ich dachte, du droppst sie dann gleich. Aber die Zone ist ja gekommen. Die Zone war schon im Haus, wo ich dort war. Was soll ich da jetzt ewig lang herumscheißen, weil ich nicht weiß, ob du dann im Haus bist oder nicht? Die Zone war schon da. Es ist ja nicht so, dass die Zone noch 10 Minuten braucht, jetzt bis wir da sind. Kommt irgendwie auch zum Shop, oder? Ja. Rücke zum Fein vor. Ich muss nur einer sein. Ich sehe zumindest den zweiten. Ja. Ja, er kommt auch zum Shop. Ich warte ein bisschen, bis er mehr läuft. Na leih, und jetzt habe ich mehr Schaden gemacht, als der und der kriegt den Fehler. Ich bin wohl in Arbeit. Dann weiß ich nicht, warum das so berechnet wird. Das gibt es mir nicht. Aber... Ich habe eh keine Ahnung, ob ich mehr Schaden packen. Aber... Verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs. Jetzt habe ich ihm auch eine Ausrüstungslieferung. Ich brauche das. Verbündete Drohne ist in die Luft. Verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs. Du erhältst eine Ausrüstungslieferung. Ich nehme dir die Panzertasche. Da ist die Beute. Von der Gegner. Da ist noch Klaus der Schlag. Na leih, was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Ich hab dich nicht verschwarten. Ich hab dich gesnapt. Weißt du von wo? Hier von dem Haus aus oben. Vom Haus, ja. Ja. Wohl, Dominik. Wohl, Dominik. Dein Team mit Lidl ist im Gulag. Nur wer überlebt, wird erneut eingesetzt. Ich hab eh noch Gulag, aber es dauert noch eine Minute dreißig. Ja. Aber es müsste sich rausgehen. Na gut. Warte das selbst zu euch. Lass aber noch... Genau. Oh, der Achtung, jetzt wird's gleich laut. Oder auch nicht. Ich hab... Ich hab gar nicht den Kienerlaubnis, sagt Alex. Ich hab nur gesagt, man erlauben sollte mit dem Kien wieder gefleidert werden. Okay. Oh, Alter. Bis ich da mal den Gegner finde, ist der ganze... Bin ich schon... Aber jetzt haben wir das... Ah! Das ist ein Begegnis. Ja, auf jeden Fall Gratulation Alex. Warum sagt die Gratulation jetzt in einem Teamspiel? Ich bin da nicht so. Ja. Nein, ich hab wenig dazu beigetragen. Ich hab gewonnen. Ich hab noch mal gesagt. Vorher schon. Du hast mir Munition gegeben. Das... Das... Das bringt's auch. Du kannst keine Kienz machen. Ohne Muni... Kann ich nicht ausgehen. Wenn wir jetzt alle da oben stehen, dann kann ich schießen. Du kannst nicht schießen. Stimmt. Ich hab mich endlich in Polak. Es ist... Es ist ein Teamspiel. Wir haben nur gewonnen, weil wir einfach zusammen gespielt haben. Teammitglied wurde für erneuten Einsatz freigegeben. Achso. Ja, hol dir selbst. Ich höre auf Norbert, egal. Ich drücke meinen Loot. Ja, die kommen hoch Norbert. Die sind bei ihrem... Paket. Oder wollen sie ihren Paket. Ich hab irgendwo einen Cluster nicht gehabt. Ja, ich hab einen Cluster jetzt da mit. Wo ist er? Siehst du noch was? Ja, siehst du? Nein. Bist du hoch? Werden geschossen. Verbündeter Clusterschlag nähert sich. Ich hab den Cluster zur Kiste hingelegt. Ja. Dort hinten laufen sie. Setze einen Sammeldung. Anhaben. Verbündete Drohne ist in der Luft. Radarsuche wird gestartet. Die laufen wieder weg. Ja, sind weglaufen. Geschiss ausgestattet! Das ist alles. Ah, da ist er. Zwei. Oh, sie schießen auf mich. Das hab ich jetzt durch den Sniper. Ander noch. Ah, geiler. Beide noch, Beide noch. Aktivität! Leider tot. Sorry, Norbert. Pass auf, kommt einer. Wo kommt einer? Carlos? Oder ist... Achso, das hat sie das. Okay, ich hab keine Handzeige. Alles, ich kriege lebt. Da ist die Beute. Ich rufe kurz nur Gas. Da landet einer außerhalb der Zone. Zielpunkt markiert. Weiß ich noch nicht. So, wo bin ich denn jetzt gestorben, Alter? Verdammt. Da irgendwo. Markiere Rehaufpunkt-Proordinaten. Ja, das gibt's nicht mehr aus. Eine Maschinenpistole. Gut, das ist eh da noch los. Nimm jemand diesen Werfer. Alles, ob's mir das restliche Geld, dann kann ich mich selbst hören. Ja. Ist gratis. Ah, ist gratis. Ist gar nichts weiter. Ich lass Drohne fallen, ne? Ich glaub, alles ist mit Drohne. Ja. Wie viele Drohne? So ein AG anzivieren? Ja. Verbündete Drohne ist in der Luft. Radarsuche wird gestartet. Verbündete Drohne ist in der Luft. Radarsuche wird gestartet. Händler markiert. Ah, jetzt hab ich nicht letztendlich eine Waffe gekriegt, aber egal. Zielpunkt markiert. Ich kann halt keine Tropen, weil einmal ist Sniper und einmal ist... Ja, ja. Einmal ist Stunkel, ja. Für 100, 33 und dann... Aber weißt du, Norbert, genau deswegen hab ich vorhin die Waffen schon schlimm mitgenommen. Nichts, weil ich dich nicht leiden kann oder weil ich bloß ein Mensch bin oder so. Hast du noch eins an ins Fenster? Ich schacke. Oh. Ich seh niemanden mehr im Fenster. Glaubst du gleich vor dem Dach landen? Nein, gell? Der Schussverkauf ist verendet. Alle Preise wieder normal. Ich mach's unterschiedlich an, okay? Ich geh auf die Leiter hoch. Es ist einer dorthin übergelaufen zu einem anderen Gebäude zum Kleinen. Ein zweiter. Der kehrt um. Ist hinterm Gebäude. Das Gas bereitet sich aus. Neue Sicherheitszone gefunden. Wo hin da? Unten. Dein Teammitglied wurde in den Gulag geschickt und kämpft um eine Chance wieder eingesetzt zu werden. Werfe Blendgranate. Oh, da wohnt der Havera. Soll ich das dann erzählen? Am. 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 Das heißt auch wie so, dass ich tot war, weil du los warst. Der eine ärgert mich, dass ich den jetzt nicht schieße. Da waren wir im Haus und da haben wir wieder abgehauen, oder? Ich habe ihn genug zu greifen, selbst wieder abgehauen. Ich habe dann bis die von ihm abgelassen, weil ich dir helfen wollte, sonst hätte ich ihn gefinished gleich. Aber dann bist du halt genug gewesen, dann bin ich halt direkt runter, aber ich war zu langsam trotzdem. Entschuldigung, dass meine Schuld war. Was? Entschuldigung, dass meine Schuld war. Ich sehe deine Schuld. Aber egal was du machst, alles ist falsch. Aber Türen sind jetzt viel, viel weniger, also... Hol sich jemand diese Panzerung. Wir haben heute eine Tür, glaube ich, wo wir durchgängig sind und eine, wo wir halt vorbeigelaufen sind. Ich habe das Gefühl, sie ist vorne, so läuft nicht jemand in den gleichen Stellen. E-KW kommt, E-KW, der E-KW. E-KW kommt, E-KW. Einer ist kaputt. Fertiggeschwind wird noch geballt. E-KW. Moraloo Mann, nach den Zeit Windows Rath und E-KW?? Nur noch du bist von deinem Team übrig. Ring ist zu Ende! Der eine hat selbst Rav schon wieder gehabt, oder? Ich hab gedacht, du hast ihn gefinischt, Alex. Nein, ich glaub, ich sag, der hat selbst Rav schon wieder gehabt, der von hinten. Ist das eigentlich klar? Sorry, ich glaub ich gar nicht. Aber weißt du, warum er nicht, weil du ihn versteckt hast? Schau, dass du gleich drauf gehst, weil er eh schon... Das hat zwei genug. Das war der letzte. Du gehst nicht drauf.